Musik Ich begrüße Sie recht hart hier zum Programms oder Spreefernsehens. Hier und heute, das gibt es wieder ab kommenden Montag. Traditionsgemäß ist es ja etwas ruhiger in der ersten Januarwoche. Wir bereiten ja dann auch die neue Sendezeit vor und deshalb also ab kommenden Montag hier und heute. Aber wir haben trotzdem einige Informationen für Sie. Bereit zuvor aber noch der Hinweis, dass es ja noch unser Kino-Magazin gibt, Kino-News TV, die neuesten Produktionen, die es in den Kinosälen hier in der Region zu sehen gibt. Und jetzt noch diese Hinweise, einiges auch von der Polizei. Aber das Land Brandenburg hat uns heute übermittelt, dass es mittlerweile Voraussetzungen für die Auszahlung des neuen Wohngeldes geschaffen hat. Seit dem 1. Januar 2023 ist das Wohngeld-Plus-Gesetz in Kraft. Mit diesem Gesetz werden Haushalte mit geringem Einkommen spürbar Verbesserungen erfahren, so heißt es aus Potsdam. Denn das Wohngeld wird neben einer Erweiterung der Einkommensgrenze für eine Heizkosten- und Klimakomponente und eine allgemeine Leistungserhöhung erweitert. Brandenburg hat den Wohngeldstellen im Land die dafür notwendigen aktuellen Software-Möglichkeiten direkt zu Jahresbeginn zur Verfügung gestellt. Also da kann es dann losgehen. Dann haben wir noch etwas von der Polizei bekommen. Auch in Ostbrandburg werden ja immer wieder Asylbewerber bei der Einreise festgestellt. Und auf der Autobahn bei Frankfurt wurden zwei Syrer mit einem Golf aufgegriffen. Der Fahrer und der Beifahrer wurden aber festgenommen wegen Schleusertätigkeit. Und an der Anschlussstelle Müll-Rose gab es ebenfalls wieder Festnahmen. Diesmal waren es Syrer, die wohl selbst als Schleuser tätig waren. Im PKW an der Anschlussstelle Müll-Rose waren die Syrer, die einen Aufenthaltstitel hatten. Also die hatten schon einen. Weitere Flüchtlinge ohne gültige Dokumente festgenommen worden. Also da haben Syrer aus Polen, andere Syrer ins Land, also nach Deutschland geholt. Und ja, das ist ebenfalls, sind kriminelle Handlungen, sowohl die Einreise als auch eben die Schleusertätigkeit. Die eingereisten Personen ohne Dokumente wurden aber erst einmal in die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes überwiesen. So, dann haben wir noch etwas von der Polizei. Bei uns war in Eisenhüttenstadt wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. In der Karmarkstraße, Ecke Poststraße, war eine Radfahrerin mit einem VW Golf zusammengeprallt. Die 83-Jährige stürzte zu Boden und musste von den Rettungskräften zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Und gestern berichteten wir ja von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Schöneiche. Die beiden 30- und 36-jährigen Moldauer, die noch am Tatort festgenommen wurden, kamen vor das Amtsgericht in Fürstenwalde. Und ja, sie wurden gleich in Untersuchungshaft genommen und mittlerweile auch schon in der Haftanstalt angekommen. Dann etwas noch aus Frankfurt-Oder und zwar der Neujahrsempfang des OB, des Oberbürgermeisters in Frankfurt, ist traditionsgemäß ein Empfang für alle Bürger der Stadt. In den letzten beiden Jahren fiel der Empfang ja aus. Nun lädt der OB die Frankfurter wieder ins Kleistforum ein und zwar am 28. Januar um 11 Uhr. Also da geht es dann los. Da kann man sich dann auch viele Informationen holen, auch zum aktuellen Stand dieser Transformationsgeschichte für Frankfurt-Oder und für diese Region. Ja und soweit erstmal diese Hinweise. Also und jetzt geht es weiter im Programm, da haben wir noch einiges für Sie, unter anderem wie gesagt auch das Kino Marz, die in Kino News TV. Und da wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung. Bis morgen.